Oh, ist da jemand durch die Wand gelaufen? Das sieht so aus. Oh, was haben wir hier? Tja, enthüllen. Was auch immer damit gemeint ist. Oh, da hat sie, da. Das sind die gleichen Bilder, die unten schon waren, okay. Persönliche Information. Die Garak am 28.11. Da gibt es dann die Garak zu kaufen. Wunderbar, liebe Leute. Für Star Citizen, die Garak gibt es dann am 28.11. zu kaufen. Aber, mich persönlich interessiert die Garak relativ wenig, sag ich mal. Da gibt es da was. Oh, ein Nippoldergeist. Hallo. Ah, hier drüben gibt es was. Einfach durch die Wände laufen. Immer gut. Ron bekommt seine Marke. Ronans Konflikt. Valdegeist. Okay, da kommt nicht mehr viel. Aber ich gucke da lieber mal. Gibt es hier irgendwo... ...Gespünks da? Nö. Oh, da ist doch was. Noch drei von diesen, dann habe ich es auch. Kommt im Zivil. Was ich an der Schande, dass ich zivil angezogen bin. Ist immer so. Rixis, beim Anniversary wird wohl auch Super Hornet und Freelancer MIS als rar nochmal auftauchen, aber halt mit zwei Jahren Versicherung, nicht LTI. Ja, es gibt ja auch eine Aussage, dass auch die Idris wahrscheinlich wieder zum Verkauf angeboten wird. Hallo, Kopp, Kopp. Ist hier noch was drin? Hm. Nichts Besonderes. Okay, da kann ich nicht raus. Doink. Guten Abend, gute Nacht. Hi, hi, Tor. So, jetzt hing es, Rixis. Ja, wie gesagt, ich weiss nicht, irgendwie hat Twitch immer wieder Probleme. Plötzlich haben Leute auch wieder einen grauen Screen, da sehen sie gar nichts mehr. Das Problem hatte ich heute auch bei Astra. Astra, da konnte ich sicher beim Handy das sicher drei Stunden nebendran herlaufen lassen. Plötzlich wurde es grau. 1000 ist zu heftig für ein Schiff. Ja, wie gesagt, muss ja jeder selber entscheiden, was er macht oder was er will. Oh. Also das Buch ist hier, wo er die Tochter holen wollte. Jetzt muss ich nur die Tochter wieder irgendwo finden. Die ist wahrscheinlich unten im Parterre. Ist hier drin was? Bisschen dunkel hier drin, ne? Stromsparmaßnahmen. Na gut. Hallo Leute, ich bin einer von euch. Oh, sind sie weg. Oh, nein, das ist eine Mauer, geht nicht. Aua. Geht nicht da. Warum nicht? Achso, weil er da war. Mhm. So. Dort können wir nicht runter, weil dein Geist ist, der uns die Türe versperrt. dann hier hinten war ich noch nicht. Doch, da war ich, aber hier hinten nicht. So. Wir müssen einfach unseren Job machen. Tja. Ich muss an die Abteilung glauben. Ich muss an die Abteilung glauben. Wir sind ein Team. Team. Okay. War da noch ein Dritter vorher? Ich dachte, ich habe drei gesehen. Oh, da läuft der hinten. Ist da hier was versperrt ist? Ja, hier ist versperrt. Hallo. Jawohl. Wir sind ein Team. Teamplay. Du, halt mal. Ich will dich mal ergreifen. Oh. Oh, doch. Hab ich ja. Ich hoffe, die Nacht bleibt ruhig. Jawohl. Hoffe ich auch. Okay. Was haben wir hier drin? Da, sammeln. Sodberg. Polizeilicher Fortschritt. Oh, ja. Ich denke mal, dann müsst ihr einfach mal einen kurzen Refresh machen von euren Sachen. Ich weiß nicht, was ich bei mir anders einstellen kann. Mann, ich streame immer noch ganz normal mit derselben Sache. Ja, und du spielst Dösex und deshalb wunderst du dich und die Detektive den ganzen Ruhm bekommen. Idiot. Aha. Dumm rumstehen. Okay. Es gibt gute Gründe, sich an die Regeln zu halten. Ja. Also, gucken wir mal. Hey, da hat mal einer nicht ein Spiel vor der Nase. Der auch nicht. Selbst eine Maus würde mich jetzt zu Tode erschrecken. Sissi. Ne, Orion und Halsey sind die letzten beiden und wenn man sah, wie schnell die anderen vier jetzt waren, dann wird es bei den letzten zwei auch nicht mehr ewig dauern. Boah. Rex. Oh Mann. Rex. Oh Mann. Ronan. Hab den Typen nie verstanden. Ich spreche die gleiche Sprache. Jeder von uns könnte durchdrehen. Ich bin aber nicht durchgedreht. Ich habe scheiß Angst vor dem Mörder. Brauche ich nicht mehr, ich bin schon tot. Ich muss an die Abteilung glauben. Ach, das ist auch so einer. Ein Teamplayer. Holding Area. Da müsste sie wahrscheinlich sein. Hier. Was haben wir hier? First floor. Uh, seht ihr da wieder? Da sind wieder Dämonen im Spiel. Gibt es hier drin was? Nö. Hey, da komme ich immerhin durch. Aha. Oh, ich glaube, da hat sich erhängt. Was ist das für ein Livestream, das auf der SCNR Homepage mit Countdown versehen ist? Das wird wahrscheinlich der Sales sein, der dann startet. Auf der Windows-Oberfläche und dann tippt ein ohne offenes Programm. Stimmt, Thor, da hast du recht. Privateer, ich denke mal, es hat Startust wahrscheinlich jetzt gerade heute wahrscheinlich reingemacht. Das mit dem Countdown selber auf der Homepage habe ich noch nicht gesehen, aber wenn, dann müsste es wahrscheinlich das der Countdown vom großen Sales-Start sein. Wieso hast du gesessen? Ist eine komplizierte Geschichte. Sagen wir einfach, ich wollte nicht irgendeinen Richter entscheiden lassen, wie ich den Rest meines Lebens verbringe. Das ist meine Entscheidung. Also, habe ich sie getroffen. Aber das ist jetzt sowieso egal, oder? Ähm, wenn's das wäre, wärst du jetzt nicht mehr hier. Vielleicht kann ich helfen. Nö, ich weiß das zu schätzen, aber du musst dich um deinen eigenen Scheiß kümmern. Ich, ich komm schon klar. Wie immer. Trotzdem, danke. Countdown! Vier Wochen, ein Tag, eine Stunde, vier, drei Minuten. Oh, dann weiß ich nicht, welchen Countdown hier gestartet wurde. Steht das nichts dran? Für was es ist? Oh, das bin ich, mein Lieben. wenn ich nur meinem Jüngeren selbst sagen könnte, was aus mir wird. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Da ist dein Geist, gleich da in der Zelle. Habt ihr keinen anderen Ort, wo ihr mich einsperren könnt? Petzmann, Ist auch ohne dein wirres Gelaber schlimm genug im Knast. Hä? Du auch? Da ist noch einer. Der Geist steht doch genau da. Oh. Sehen Sie das echt nicht? Welchen Geist? Das hier hat ein Geist. Da ist auch einer. Hallo. Warum muss ich hier bei diesem Irren sein? Wurde diesmal gar nicht so angekendigt wie vor einem Jahr die Sales. Ja, nicht mehr so groß. Werden nach der 6. Werden nach dem 6. Schiff im Package wieder teurer? Keine Ahnung. Natürlich. Was? Thor, hast du Probleme mit Schreiben? Nur Starseed ist in Livestream. 26 natürlich. Überschrift ist nur Starseed ist in Livestream. ist in Livestream. Dann weiß ich wirklich nicht was. Müssen wir mal Tom fragen. Wir sind alle in deep deep shit now. Okay. Hallihallo. Gibt's hier irgendwo Gespenkster? Nö. Oh, da ist halt das. Oh, da ist noch was. Der Livestream von denen. Ja, wenn Starseed ist in Livestream, dann sind schon die gemeint, nicht wir selbst. Oh, da ist wieder ein tote, tote, tote Leben länger. Hallo? Was ist passiert? Ja, du bist tot. Ja, das sehe ich. Ich meinte, wie bist du gestorben? Autopsien sind nicht so gründlich, wenn die Todesursache offensichtlich ist. Ich weiß nicht. Ein Haufen Pillen, einige Schlaftabletten. Es sollte friedlich sein. Ich wusste nicht, dass man aufwacht. Was soll ich dem jetzt tun? Tja, da fragst du den Falschen. Ich lasse es dich wissen, wenn ich es rausfinde. Okay. Ähm, Privateer, hast du schon mal einen Gespenkst gesehen, also einen Dämon? Ja, Privateer, ich habe einen Dämon. Ich habe Schmerre gesehen und Schmerre vernichtet. Aber irgendwie sind sie gerade jetzt im Moment ein bisschen rar gesät. muss ich ehrlich sagen. Oh, dann ist meine Leiche. Ist ein Spinnennetz-Tattoo nicht ein Symbol für einen Gefängnisaufenthalt? Warum hat seins zwei Spinnen im Netz? Er hat bei seinem eigenen Tattoo einen Fehler gemacht. Es ist nur ein Tattoo, mehr weiß ich nicht. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbe. Ihre Arbe. Und dieser Rabe ist angekettet an... sind das Gitterstäbe? Wir bezahlen Sie nicht für das Analysieren von Tattoos. Ja, Sir. Wäre aber interessant. Sein ganzer Arm sieht aus wie ein Bekenntnis zu... nun... ein Bekenntnis zu... eine Menge Zeug. Zeug. Wir respekt... aber Tattoos könnten uns Hinweise liefern. Warum ist er so barsch? So barsch. Er ist ein Fisch. Ein wenig Respekt für den Netz. Die Uni bringt dir nicht alles bei. Ja.